Also, jetzt der eindeutige und wunderschöne Beweis, wie toll die Elektrik in meiner Wohnung ist. Das ist die Lampe im Badezimmer, die ich jetzt ausmache, hier per Lichtschalter. Da Lichtschalter schön ausmachen. Sie leuchtet weiter. Kann man es erkennen? Sie leuchtet dunkel weiter. Moment, ich mache sie nochmal an. Man erkennt, sie erleuchtet dunkel weiter. So, jetzt, da das aber nicht, das ist nicht irgendwie so eine Art Batterie, die da irgendwie so eine Art Notstrom erzeugt oder sowas, dann, wenn ich jetzt die Sicherung ausmache, geht die Batterie aus. Und zwar ist hier die Sicherung, jetzt wird es dunkel hier überall. So, jetzt ist dieses Licht dort aus. Wie unschwer zu erkennen ist. Dann mache ich hier die Sicherung wieder an. Und die Lampe leuchtet wieder. Nein, das ist noch nicht die volle Stärke. Das wäre die volle Stärke. Nein, hier ist kein Dimmer. Schön, oder? Stage Ich- sau. Ich- eagle. Ich-ü. also. Ich- 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 Ich-